Guten Morgen, ich war ja am Wochenende auf der Algenfarm in Klötze und konnte dort gemeinsam mit Silke Leopold, deren Kanal ich unten verlinkt habe, mal direkt in die Algenfarm rein und auch ein sehr interessantes Interview mit dem Chef der Algenfarm führen. Vor allem natürlich über Chlorella aber auch über die Afferalgen und andere grundlegende Dinge zu Algen. Ich wünsche Euch viel Spaß und viel Information. Hallo und herzlich Willkommen, wir sind hier auf dem Pure War Sommerfest und ein richtig geiles Wetter heute und wir haben uns jetzt den Jörg mal geschnappt, weil Pure War ist die große Firma, die halt immer diese rohköstlichen Produkte anbietet, aber hinter dieser Firma stehen natürlich die ganzen Zulieferer und ein interessantes Produkt, was ich und die Silke oder Silke und ich auch ausprobiert haben, beziehungsweise Silke der absolute Fan von ist, ist das Chlorella-Pulver und der Jörg ist hier sozusagen der Chef von der Chlorella-Farm, ist das richtig? Die wir uns nachher auch noch anschauen und deswegen haben wir uns gedacht, da schnappen wir uns den Jörg mal und stellen ihm ein paar Fragen. Und die erste Frage hat Silke. Genau, also ich nehme ja jetzt schon die Chlorella-Alge ein anderthalb Jahr, fast jeden Tag regelmäßig und ich nutze es als Entgiftungsmittel und ich nutze es als sozusagen als Nahrungsergänzungsmittel, um mich mit Vitaminen, mit Nährstoffen, mit Chlorophyll zu versorgen, ja. Und also ich habe vorher auch das chinesische Chlorella verwendet aus China und man sagt ja auch oftmals und du hast es ja auch untersucht, dass viele Chlorella-Algen aus China oder aus dem asiatischen Raum eben auch belastet sind mit Schwermetallen. Nicht alle, aber einige. Ja, es gibt wie bei anderen Lebensmitteln auch natürlich unterschiedliche Qualitäten und wir haben es uns natürlich auf die Fahne geschrieben, eine sehr, sehr gute Qualität anbieten zu wollen, haben dafür die Voraussetzungen geschaffen in unserer Algenfarm, wo wir nachher nochmal hingehen werden. Das heißt, wir setzen wirklich nur beste Rohstoffe ein, denn nur so gut wie halt die Rohstoffe sind, kann auch das Produkt sein und dazu gehört zum Beispiel, dass wir ein eigenes Quellwasser hier vor Ort haben, was ihr vor uns auch getrunken habt, ja. Das ist genau das, in dem die Algen auch schwimmen und kontrollieren das halt wirklich von der ersten Alge bis zum fertigen Produkt. Und ja, wie ich schon sagte, bei anderen Lebensmitteln auch, es gibt unterschiedliche Qualitäten und da haben unterschiedliche Produzenten natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Und der Grundunterschied, für die, die das jetzt noch nicht kennen von Pura, das Chlorella, das deutsche Chlorella ist, dass es eben nicht im Wasser, also im Wasser im Sinne von in der freien Natur ist, sondern halt in so einem Glasröhren oder was ist das für ein... Ja, also Silke hat eigentlich schon kurz angesprochen, was ja für die Chlorella interessant ist oder was bei der Chlorella interessant ist. Das ist die Bindung von Toxin, Schwermetallausneidung ist ein Stichwort. Das heißt, die Chlorella macht das nicht nur als Pulver, wenn ich das esse und das durch den Körper marschiert, die macht das natürlich auch, wenn sie kann, beim Wachsen. Das heißt, die Algen saugen wirklich Schadstoffe, selbst wenn die nur in Spuren in der Umwelt vorhanden sind, können die aufsaugen wie ein Schwamm und dann findet man die halt in den Chlorella-Pulver in hohen Mengen. Und das zu verhindern ist eigentlich die hohe Kunst, dass man halt nicht Umweltgifte damit reinkriegt, beispielsweise durch Staub, durch Regen etc. Oder auch gerade im asiatischen Raum, wenn die dann so Becken angebaut, oftmals. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, und ihr habt eben dieses Glasröhren-System entwickelt und da sind die sozusagen von diesen Umweltgiften abgeriegelt. Ja, also man muss sich das bei uns vorstellen wie ein großes Aquarium, nur dass wir das in Röhrenform haben, damit Licht von allen Seiten rankommt, damit die Alge auch optimal mit dem Sonnenlicht versorgt ist und damit es halt aber nicht reinregnet, kein Staub drauf fällt etc. Also versucht so gut wie es geht, eine Reinheit zu erschaffen, diese Algen. Genau. Muss da eigentlich, das ja abgeschlossene System ist ja fast perfekt sein. Was könnten Schadstoffe dann noch sein, wenn ihr das komplett kontrollieren könnt? Ja, Schadstoffe sind da kein Thema mehr. Ich meine, wir kontrollieren das natürlich, lassen es auch extern kontrollieren, klar, um halt sicherzustellen. Und was heißt extern? Ist das ein TÜV oder eine Firma oder was ist das? Na, wir haben ein eigenes Labor, wo wir verschiedene Untersuchungen machen und wir lassen das natürlich an geprüfte Lebensmittellabore rausgehen, wo das auch nochmal auf Herz und die umgeprüft wird. Und das Chlorella nehmen ja auch, was Sie schon angesprochen haben, oder es ist ja auch ein Entgiftungsmittel, es kann Schwermetalle entgiften und viele Menschen versuchen ja auch ihre zum Beispiel Quecksilberentgiftung mit Chlorella also auszuspülen oder das loszuwerden. Und da ist natürlich die Frage, also angenommen es gibt zum Beispiel jetzt ein asiatisches Chlorella, was ein bisschen mit Schwermetallen belastet ist, weil es eben in den offenen Becken angebaut wird. Und was würde passieren, wenn man dieses Chlorella dann nimmt? Und heißt das dann einfach, dass man, wenn man selber Schwermetall belastet ist, dass das weniger mit rausnimmt? Oder würde dieses Chlorella, was eben mit Schwermetallen belastet ist, schon ein bisschen Schwermetall auch im Körper lassen? Also erstmal muss man vielleicht sagen, dass jetzt auch nicht jede Alge aus dem asiatischen Raum zwangsläufig belastet ist. Die Frage ist natürlich dann, wenn ich auf die Werte gucke, wie hoch die sind. Da kann natürlich was drin sein, wo wir aber noch nicht von einer Belastung sprechen. Und jetzt ist einfach die Frage, wie gesagt, als Kunde, wie bei anderen Lebensmitteln auch, welche Qualität will ich einfach kaufen? Und da spielt natürlich der Geldbeutel eine Rolle auch und natürlich dann auch solche Qualitätsparameter. Richtig ist natürlich, dass es durchaus Chlorellen auf dem Markt gibt. Wir machen da auch regelmäßig Tests, die schon teilweise Werte haben, wenn wir über Schwermetalle reden, die schon in Bereichen liegen, wo ich sage, das muss vielleicht nicht sein, also die auffällig sind. Und die würde ich natürlich dann nicht empfehlen, gerade auch bei Kindern oder so, da wird ja oft Chlorella auch gegeben aus bestimmten Gründen. In einer guten Intention eigentlich und dann kannst du auch nach hinten losgehen. Genau. Und da sehe ich natürlich zu, dass ich halt denen so gut wie möglich die Sachen anbieten kann. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, durch beste Qualität, würde ich jetzt instinktiv sagen, ist eure Chlorella, weil es komplett schadstoffunbelastet ist, deutsche Qualitätskriterien und Normen auch erfüllen muss innerhalb der Produktion. Wenn du jetzt jemanden, der jetzt wirklich einfach nicht das Geld hat und sagt, ich will nicht die beste Qualität, ich möchte aber noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich möchte auch noch, sage ich mal, eine angenehme Qualität, nach welchen Kriterien eine Firmenpreise nicht zu sagen und würdest du vielleicht gar nicht so wissen, weil dich ja wahrscheinlich auf dein eigenes Produkt konzentrierst, aber nach welchen Kriterien würdest du vorgehen, würdest du sagen, okay, die und die Länder oder Bio und nicht Bio oder nach welchen Kriterien, sage ich mal, so preiswerteres Chlorella könnte man dann vielleicht ja noch glücklich werden. Also ich glaube, mit den ganzen Siegeleien wird man nicht so richtig glücklich. Worauf ich achten würde bei Chlorella ist zum Beispiel, dass es eine schöne frischgrüne oder dunkelgrüne Farbe hat, dass es nicht auffällig riecht. Ich meine, das darf schon ein bisschen nach Alge riechen, heuartig, nussartig, sagt man manchmal. Heuartig trifft es gut, ja. Aber man trifft so, oder ich kriege manchmal Ware auf den Tisch, das sieht so grau-gelblich aus, das riecht dumpf-muffig. Da muss ich natürlich sagen, das muss ich vielleicht nicht unbedingt haben. Weil Spirulina sind dann so Sachen, da kann die Farbe ein bisschen variieren. Spirulina sollte nicht nach Fisch riechen. Warum? Spirulina ist ja genau wie die Chlorella reich an Protein. Und das ist aber so eine längliche Alge, die auch bei der Ernte zerbrechen kann. Das heißt, der Zelsaft wird freigegeben. Und wenn ich das jetzt nicht schnell genug trockne, fängt an, das Protein abzugammeln und das riecht nach Fisch. Was man so langläufig kennt, ist ja so der Spruch, wenn Fisch anfängt nach Fisch zu riechen, sollte man den auch nicht mehr essen. Und da steht dasselbe dahinter. Das ist also schon ein Anfang von 4-D-Hab. Okay, das ist interessant. Das sind so die groben Parameter. Und da kann ich nicht sagen, nehmt das aus Amerika oder Asien oder Deutschland. Oder das ist auch besser so. Weil es halt, ja, man kann ja auch, wenn man dann, bloß die Sache ist die, man muss natürlich doch einmal ein gutes Chlorella gehabt haben, um den Unterschied dann vielleicht zu erkennen. Richtig, aber was auch schon immer ganz gut ist, ist einfach mal seinen Verkäufer auch mal zu fragen, wo kommt denn das her? Was nämlich auch wichtig zu wissen ist, das Ursprungsland muss noch nicht angegeben werden. Das heißt, auf der Packung steht oft schon gar nicht drauf, wo es herkommt. Ich merke das, ich kauf häufig bei Amazon ein, dass da die Nachfragen dann kommen, wo dann gesagt wird, ja, wo kommt das eigentlich her? Es steht nirgendwo drauf. Und dann, ja, fach sind mir quasi die Kunden, wo das herkommen könnte, weil der Händler gar nicht weiß oder sich gar nicht dazu äußert. Und das ist eigentlich auch schon ein Kriterium, wo ich instinktiv sagen würde, ne. Also, als Händler habe ich meiner Meinung nach, aber das wird nicht so gesehen in der Berufsethik des Händlers, doch auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Kunden, was ich für Produkte habe. Und das ist halt, ja, wird häufig bei diesen sehr, sehr preiswerten Produkten eben nicht gemacht. Ja, ihr stellt mir ja hier schon ganz viele Fragen, ne, und macht dasselbe, wenn ihr euch unsicher seid mit eurem Chlorella oder Spirulina-Verkäufer, ne. Und dann guckt einfach, wie sie reagieren. Und wenn ihr dann ein gutes Gefühl habt halt, dann könnt ihr auch dort kaufen, wenn die wissen, wovon sie reden. Oder wenn sie euch auch sagen, wo es herkommt und das und das wird analysiert und das ist alles okay für euch, dann kann man da sicherlich auch nichts gegen eingehen. Und dieser Trocknungsprozess, den du gerade angesprochen hast, bei euch, ist der dann Puroire, vor Kauf der Rohkostqualität, ist er bei euch auch dann noch Rohkostqualität oder ist das normal? Oder das ist über, wie ist das Black Chlorella? Also, der Begriff Rohkost ist ja, sag ich mal, auch ein bisschen Interpretationssache. Wird natürlich immer gesagt. Die Gradanzahl variiert in manchen Angaben. Ja, wird natürlich immer gesagt, so 42 Grad ist so das Maximum. Okay, manche die halt 40 sagen, manche 43 so. Aber jetzt haben wir zum Beispiel auch Algen bei uns, die fangen erst richtig zu wachsen an, wenn die 55 Grad kriegen. Ja, ja. Und das heißt, die wäre per se kein Rohkost, obwohl das ein völlig intakter, lebender Organismus ist. Also das ist ein bisschen schwierig. Ich erkläre ihr gerne den Prozess. Das heißt, der erste Schritt der Ernte, das sind ja die Chlorella, also wie so ein kleiner grüner runter Ball im Wasser. Der ist so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Den sehen wir also mit einem bloßen Auge gar nicht. Wir müssen das mikroskopieren. Der erste Schritt der Ernte ist also eine Zentrifugation. Eine Schleuder, wo ich über die Schwerkraft dann die Chlorella vom Wasser abtrenne. Was ich als erstes Produkt kriege, ist so wie so ein grünlicher Brei, wie so ein spinatartiger Brei. Und der wird dann getrocknet. Und das passiert folgendermaßen in so einem großen Edelstahlturm, wird das feinst vernebelt. Also wie mit so einer Sprühpistole, mit der man so Pflanzen... Also Sprühtrocknung dann sozusagen. Genau. Wird also feinst vernebelt. Das ist also ein Wassertropfen mit Chlorella im Prinzip. Und das fällt durch einen Temperaturgradienten. Der ist tatsächlich sehr heiß. Aber dieses Durchfallen passiert in einem Bereich von Millisekunden. Und was passiert ist, dass die Wasserhülle einfach abgetrocknet wird. Okay. Und jetzt kennt man das erstmal von... Vielleicht kann man so ein bisschen vergleichen mit dem heißen... Mit dem Wassertropfen, den man so auf eine heiße Herdplatte gibt. Der wird ja auch abgestoßen. Und diese... Bildet sich sofort diese Gasphase. Und so ähnlich ist das auch dort. Okay, also... Dann habe ich natürlich im Prinzip auch noch die Verdunstungskälte, die dann in der Zelle ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann nicht wirklich messen, welche Temperatur da drin ist. Aber was ich dann vom Pulver weiß, ist, dass bestimmte hitzelabile Substanzen drin sind. Und dass zum Beispiel die bakterielle Begleitflora noch fast komplett intakt ist. Und wenn ich die Hitze über eine bestimmte Temperatur bekommen hätte, wäre das auch... Das ist ja genau das Thema letztlich. Die meisten, die sich jetzt für Rohkost interessieren, die geht es ja nur darum, möglichst viele natürliche Nährstoffe, wie auch Bakterien und sowas, aufzunehmen. Und nicht irgendwelche Labels. Also zumindest die, die Rohkost meiner Meinung nach ein bisschen sinnvoll betreiben. Und die jetzt nicht so ganz dogmatisch sind und nur nach Labels schauen und Rohkostqualität und sonst was. Sondern die wirklich, was dahinter steht, einfach möglichst viele Vitamine, Mineralstoffe und auch solche durchaus Sachen wie Bakterien. Oder so, sag mal, was landläufig so ein bisschen vielleicht auch negativ interpretiert wird, aufzunehmen. Und da ist es letztendlich ja wichtig, dass du das auch messen kannst dann im Produkt. Und das scheint ja bei euch dann... Und was bei euch dann drin kommt, Silke hat vorhin gesagt, Nährstoffe, Vitamine oder sonst was. Magst du dir nochmal aus deiner Sicht sagen, was besonders drin ist oder wofür man generell zum Beispiel Chlorella machen sollte? Also direkt mal, weil Silke ist ja nun nicht der Fachmann, auch wenn ich Silke sehr schätze, aber... Genau, vom Fachmann. Du bist ja Biologe, ne? Du bist richtig, du hast dich nicht auch auf Algen spezialisiert, oder? Im Studium eigentlich noch nicht, ne? Aber jetzt so später, ne? Später dann. Du gibst ja auch Vorträge über Algen gegeben. Also im Prinzip beschäftige ich mich seit über zwölf Jahren jetzt fast ausschließlich mit Algen, sowohl beruflich als auch privat. Ein richtiger Spezialist. Für uns. Hoffe ich, ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade die Thematik eine ist, gerade Algen in der Ernährung, da kann man eigentlich so tief eintauchen, wie man will. Und selbst ich erfahre jede Woche was Neues und lerne was Neues dazu. Das ist auch das, was für mich so spannend ist. Silke hat vorhin schon ein paar Stichpunkte gegeben, wenn wir uns die Inhaltsstoffe angucken. Das wird ja nicht umsonst als sogenanntes Superfood bezeichnet. Und das ja mittlerweile schon fast wieder ein Schimpfwort ist. Ja, das ist auch ein Begriff, der sicherlich, weiß ich nicht, ob der so glücklich ist, ne? Weil eigentlich ist jedes Essen, was vernünftig angebaut ist... Oder man kann auch sagen Lebensmittel. Das ist ein Lebensmittel. Und was bei den Algen natürlich auffällig ist, wie bei der Chlorella, dass die natürlich eine extrem hohe Nährstoffdichte tatsächlich hat. Wir haben hier die chlorophyllreichste Pflanze der Welt. Es gibt also nichts weiter, was mehr Chlorophyll hat. Wir haben hier die Pflanze mit dem höchsten bekannten Vitamin B12-Gehalt, was anscheinend bei Chlorella zumindest auch noch bioverfügbar zu sein scheint. Und nur mal als Vergleich, ne? Wir haben hier teilweise doppelt bis dreifach so viel Vitamin B12 drin wie in der Rinderleber. Und die Leber ist ja bei Tieren der Speicher von B12. Also es gibt kein Organ, sag ich mal, was mehr enthält. Wir haben hier sehr viel Beta-Carotin drin, sehr viel Lutein, was wichtig ist für die Augengesundheit. Wir haben 10% Mineralien drin, 10% Fettsäuren. Also das ist wirklich ein Kraftpaket an Nährstoffen. Das ist das eine. Das zweite ist wirklich die Sache, man kann damit Schwermetalle oder andere Toxine, Dioxin zum Beispiel, Binden aus dem Körper ausleiten. Und das dritte, das findet fast noch gar keine Beachtung. Das ist aber für mich ein richtig interessanter Zweig, ist eigentlich diese sogenannte Fähigkeit zur Immunmodulation. Und was bedeutet das? Das bedeutet immer, wenn das Immunsystem stressbedingt supprimiert ist und viele Krankheiten haben ja den Auslöser in Stress oder Supprimierung des Immunsystems, dass ich hier eine Linderung zumindest in der Symptomatik bekomme. Das heißt, immer wenn das Immunsystem einen auf den Deckel gekriegt hat, kann ich das mit Chlorella wieder in Richtung Normalzustand heben. Und damit normalisieren sich auch wieder verschiedene Stoffwechselfunktionen. Und da kann ich bei ganz verschiedenen Krankheitsbildern mit arbeiten. Das schlägt natürlich auch nicht bei jedem an. Das ist auch von Individuum zu Individuum unterschiedlich. Aber wir haben natürlich sehr, sehr gute Rückmeldungen. Das ist wirklich sehr spannend. Was mich mal interessiert, gibt es eigentlich Chlorella auch frisch oder immer nur getrocknet? Kann man das auch frisch essen? Chlorella, Spirulina, die Alpen? Also ich habe den Vorteil, ich sitze an der Quelle. Ich bin beim gesamten Ernteprozess dabei und ich esse natürlich, wenn es geht, auch Chlorella mal frisch. Und wenn man das macht, dann hat man natürlich schon mal ein ganz anderes Geschmacksgefühl. Das ist vom Mundgefühl her ein ganz anderes. Das fühlt sich dann fast so cremig, fettig ein bisschen an. Schmeckt natürlich auch frisch und es ist eine ganz andere Liga. Es ist natürlich schwierig, sowas im Markt zu bringen, weil dann wieder so Kühlketten dahinter stehen. Ja, da muss man auch mit der Reise wieder hochgehen. Richtig. Aber das ist natürlich ein Erlebnis und wir denken zumindest darüber nach, dass wir zumindest bei Führungen, die wir anbieten, wenn wir gerade ernten, das dann auch mal anbieten. Also wer das mal testen will. Und es ist auch ein ganz interessantes Thema für uns in der Produktentwicklung, sowas vielleicht tendenziell dann auch mal eingefroren anzubieten. Und dann habe ich noch eine Frage. Habt ihr das Aminosäureprofil eigentlich mal aufgeschlüsselt, wie das Profil ist? Und ist es auf der Webseite einsehbar oder auf Nachfrage? Also wir haben im Prinzip alle Analysen da zu den Inhaltsstoffen. Fettsäureprofil, Aminosäureprofil. Dann kann man das einfach auf der Webseite dann abfragen oder mir schreiben oder sowas und ihr händigt das dann aus. Ein paar Sachen sind auf der Webseite drauf. Da wird natürlich eine gewisse Schwankungsbreite angegeben, weil das natürlich im Jahresverlauf auch schwankt. Und wer da noch speziellere Fragen hat, fragt es einfach an. Weil allein bei der Schadstoffanalytik, um halt sicherzustellen, dass nichts drin ist oder zu zeigen, dass nichts drin ist, da testen wir auf mehr als 400 Substanzen. Das stellen wir natürlich nicht alles auf die Webseite, weil die meisten die einzelnen Substanzen sowieso nicht kennen. Aber da haben wir viel, viel mehr auch gemacht, als dann veröffentlicht wird. Gut, dann weißt du jetzt aus dem Kopf jetzt vom Aminosäureprofil, ob das eine spezielle Charismatik hat oder ob das relativ ausgeglichen ist. Oder wie das, falls mal zum Beispiel, viele tun ja ihre Ernährung auch durchaus aus wissenschaftlichen Standpunkten basieren, dass sie gerade jetzt, wer vegan oder rohköstlich unterwegs ist, da schon auch einen Fokus ein bisschen auf die Aminosäuren hat. Und dann merkt, okay, das und das ist vielleicht ein bisschen zu wenig für mir. Und vielleicht klönt die Chlorella gerade rein. Oder hast du einen Stehgreif für das Profil so ein bisschen im Kopf? Also Chlorella enthält alle essentiellen Aminosäuren. Und man kann das in so einen Faktor reinbasteln. Der nennt sich Amino-Asset-Score. Also der ARS-Wert, der liegt hier bei 1,1, was ein sehr, sehr guter Wert ist für die Aminosäuren. Ich habe alle dabei und auch in einem relativ ausgewogenen Verhältnis. Jetzt ist es natürlich bei den pflanzlichen Proteinen oft so, dass die Verhältnisse der einzelnen Aminosäuren zueinander nicht ganz optimal sind. Dass es immer gut ist, wenn man bestimmte Sachen mischt. Deswegen habe ich diese Ergänzung. Deswegen wollte ich jetzt fragen, wie jetzt Chlorella da steht, wo man genau weiß, okay, wenn ich jetzt viel Erbsen esse und Chlorella, das ergänzt sich ganz gut. Wie zum Beispiel Erbsen und Reisprotein oder sowas. Also dass man da weiß. Okay, aber es ist auch abfragbar. Das ist das Entscheidende. Das ist abfragbar. Jetzt muss man natürlich gucken, wenn ich am Tag bloß 3 Gramm Chlorella einnehme oder 4, 5 Gramm, steht die Hälfte nur aus Protein. Also die Gesamtproteinmenge, die ich am Tag über Chlorella zu mir nehme, ist eigentlich vergleichsweise gering. Deshalb ist Protein vielleicht bei der Chlorella nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel bei Erbse oder irgendwelchen Gemüchen. Aber es ist interessant. Das ist eigentlich so ein Esslöffel voll. Wie viele Gramm sind das? So gehäufter Esslöffel? Also ein leicht gehäufter Teelöffel voll sind 3 Gramm. Also so ein gehäufter Esslöffel 10 Gramm? Ja, das wird so irgendwas zwischen 6 und 7 Gramm wahrscheinlich liegen. Das sind wahrscheinlich 5 Gramm Protein dann. Wenn du so einen gehäufter Esslöffel-Smoothie früh reinmachst, ist das 5 Gramm Protein. Das ist schon was, ja. Was ich noch, wir hatten uns vorhin auch darüber unterhalten, Chlorella kann ja auch Frauen helfen bei Wechseljahresbeschwerden. Zumindest haben wir das aus den Rückmeldungen von, sag ich mal, Kundinnen bekommen, die dann gesagt haben, Mensch, auf einmal sind meine Beschwerden, seien das Hitzewallungen oder irgendwas gewesen, das ließ sich auf einmal leichter ertragen. Da gibt es aber meines Wissens keine wirkliche Studie oder sowas dazu. Das sind wirklich nur so Rückmeldungen. Das spricht aber wieder für diesen dritten Aspekt dieser Symptomebekämpfung von diversen Krankheiten oder von Krankheitsbildern, von Unannehmlichkeiten, sag ich mal, dass das dann vielleicht auch in die Kerbe da mit reinschlagen würde. Das sieht ein bisschen so aus, als ob das jetzt über das Immunsystem erklärbar ist oder andere Sachen. Ich meine, bei Wechseljahresbeschwerden, da spielt ja das Hormonsystem im Prinzip verrückt. Das sieht ein bisschen so aus, dass wenn der Körper aus der Balance kommt, dass da irgendwelche Mechanismen greifen, die das wieder zurückbringen. Genau, wieder in Richtung Normalzustand, mehr oder weniger stark bringen. Hast du jetzt noch Fragen? Nein, nein, nein. Da würde ich nämlich jetzt Jörg als Algenspezialist noch mal zu einer anderen Alge befragen, die er jetzt auch nicht anbaut, und zwar zur Afferalge. Das wird ja auch so als Superfood bezeichnet, wird auch oftmals so als gesunde Alge angepriesen. Und mir selbst wurde die Alge auch schon empfohlen, weil bei meinem Sohn vor anderthalb Jahren ADS festgestellt wurde, diese Konzentrationsschwäche. Und man sagt auch, die Afferalge würde dazu verhelfen, diese Konzentrationsschwäche zu mindern. Das kann ja auch sein, aber du hast deine Forschung oder du hast dich ein bisschen mit der Afferalge beschäftigt, aber du würdest trotzdem abraten, die Afferalge zu sich zu nehmen, oder? Also die Afferalge ist, sag ich mal, die einzige, von der ich unter den Mikroalgen, die so verfügbar sind, tatsächlich abrate. Okay, und wieso, genau? Ich fange vielleicht mal anders an. Afferalge ist eine Alge, die eigentlich nur aus einer Quelle kommt. Quelle meine ich jetzt Produzenten oder Region, wo das geerntet wird. Und das ist der Klemmefsee in den USA. Und dort wird nichts weiter gemacht, als eine Algenblüte abzuernten, zu trocknen, in Pillen zu pressen und zu verkaufen. Wenn du hier schon mal, oder wenn ihr hier schon mal eine Algenblüte irgendwo gesehen habt, das sind immer die Dinger, wenn die sehen, so anfangen zu stinken, so blaugrün zu werden, wenn dann so ein Schlamm ans Ufer gespült wird, und wo dann immer so ein Badeverbot dran steht, oder Tiere nicht trinken lassen, oder sowas. Warum Badeverbot? Weil das dann giftig ist für einen, oder? Weil viele dieser, da kommen wir gleich drauf, weil viele dieser Blaualgen Toxine bilden können, die sich dann in dem Wasser anreichern. Und die sind gar nicht ohne, da kommen wir, wie gesagt, gleich noch dazu. Das ist mal der erste Aspekt, um erstmal zu sehen, was dort gemacht wird. Das wird also nicht wie in Asien, Amerika und Europa, dass die Mikroalgen wirklich in Becken oder im Röhrensystem oder sonst wo angebaut werden, sondern es wird wild geerntet. Und das wird für viele, oder marketingtechnisch wird das natürlich als großer Vorteil dargestellt. Aber hier ist es natürlich nicht so wie bei Wildkräutern. Weil was ist eine Algenblüte? Eine Algenblüte entsteht, wenn das Wasser zu nährstoffreich ist. Jetzt ist der Klemmefsee natürlicherweise nährstoffreich, aber die umgebende Landwirtschaft pumpt dort nochmal mehr nährstoffreich. Nitrate, Phosphate und dadurch kommt es zu diesen massiven Algenblüten. Die haben dort auch ein Umweltproblem. Deswegen, die Wasserqualität ist relativ schlecht, aber das ist eher so das Problem von den Farmern. Wir wollen ja eher auf die Alge gehen, aber das ist natürlich der Auslöser dieser Algenblüten. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wo eine Alge, die AFA-Alge, wächst, wachsen natürlich andere Algen auch gerne. Und das sind dann oft die Blaualgen, die dann auch Toxine bilden, natürlich in kleinen Mengen. Aber die Toxine werden eigentlich fast immer in den Produkten gefunden. Weil es die AFA-Alge dann auch nicht oder was von den Blaualgen? Ja, und da kommen wir gleich noch ins Detail drauf. Also die Produkte, die analysiert wurden, weisen fast immer diese Toxine auf. Und das, was aber nur analysiert wird, ist das sogenannte Mikrocystin. Das ist ein Gift, ein Lebergift, wo ich mir halt, wenn ich das über lange Zeiträume halt in geringen Dosen zunehme, irgendwann mal die Leber abschließe. Und das ist übrigens ein Gift auch, was im deutschen Kriegswaffenkontrollgesetz als chemische Waffe drinsteht. Eines der zwei alten Gifte. Also mal um die Giftigkeit zu verdeutlichen. Jetzt wird natürlich bei AFA immer diskutiert über irgendwelche Grenzwerte, die man im Wasser auch hat. Aber man muss sich ja auch fragen, warum gibt es so eine Grenzwerte? Grenzwerte gibt es natürlich immer, um dann irgendwas trotzdem verkaufen zu können. Oder gerade bei Trinkwasser, um halt zu sagen, okay, unterhalb dieses Grenzwerts ist das noch unbedenklich. Und, also diese Gifte findet man immer aus diesen Blaualgen, die halt als Kontaminante in dieser Algenblüte drin sind. Jetzt gibt es aber auch AFA-Stämme, die selber Gifte herstellen. Und das sind welche, die kann ein Lebensmittellabor gar nicht testen. Und das sind dann so lustige Sachen, die auch solche beschriebenen Wirkungen erklären. Du sagst hier ADHS, wird das immer empfohlen. Und da ist ein Gift, was durchaus Wirkungen, die man erzielen kann, erklären kann. Und das ist das Saxitoxin. Das selektiert nämlich bestimmte Ionkanäle, blockiert das selektiv in den Synapsen des Gehirns. Damit findet dann keine Reizübertragung mehr statt. Und dadurch kann ich das Kind natürlich wahrscheinlich wirklich ruhig stellen, aber irreversibel. Also das Kind wird irgendwann Schädigungen davon tragen. Das ist das eine. Das zweite Gift, womit ich eine Wirkung erklären kann, die ich immer wieder lese, so Bewusstseinserweiterung oder klarere Gedanken, ist das Anatoxin. Das ist nämlich ein Verwandter vom Kokain, was jetzt nicht dazu führen soll, dass alle jetzt losrennen die AFA-Alge kaufen. Aber das kann diese Wirkung erklären. Damit will ich bloß zeigen, dass da eine Ursache-Wirkung-Korrelation wird. Und das Wichtige ist, das sind wirklich Gifte, auf die kein Mensch testet. Die Hersteller sind sich dessen bewusst. Man findet auch die Publikationen noch im Netz. Die sind ein bisschen älter. Die haben nämlich geguckt, dass sie das Produkt trotzdem einigermaßen sicher machen, dass also niemand, der das isst, nach hinten umfällt. Und was haben die da gemacht? Das ist so der Standardgetest. Das nennt sich Bio-Maus-Essay. Und da wird einfach so einer mittelgroßen männlichen Maus der Extrakt von AFA gespritzt. Und dann wird die Zeit gestockt, bis die nach links umfällt. Und wenn die Zeit halt lang ist oder wenn das nicht passiert, dann wurde das Produkt als sicher eingestuft. Das wurde als Test der Wahl entwickelt, um quasi so AFA-Algen zu testen. Und da muss ich mal sagen, da in der wissenschaftlichen Literatur eigentlich über AFA nichts weiter bekannt ist, was ich nicht auch von der Spirulina kenne, an positiven Wirkungen. Da muss ich mal sagen, sollen die Leute lieber Spirulina zu sich nehmen. Weil wenn sie das aus einer vernünftigen Quelle haben, haben sie da keine Probleme mit. Und ich sage immer, auch bei Erwachsenen, von mir aus sollen die, wenn die davon überzeugt sind, essen, was sie wollen. Ich sage mal, ein Glas Wein enthält auch Ethanol, ist auch ein Nervengift. Aber wo es für mich schwierig wird, ist es dann bei der Anwendung an Kinder. Ja, genau. Weil die sind im Wachstum, die akkumulieren das noch mit ganz anderen Geschwindigkeiten und so weiter. Dort wirkt sich das auch noch in einem wachsenden Hirn ganz anders aus, als bei uns, wo das quasi alles schon fertig ist. Also da würde ich wirklich sagen, bei Kindern, oder ich hatte letztens auch so einen Fall, wo jemand sagte, ich bin jetzt schwanger. Und nehme, oder will jetzt AFA nehmen, weil, und wo ich dann sage, lieber mich. Ja, das klingt generell also mit dem AFA, dass es so ein bisschen eine Marketing-optimierte Resteverwertung ist. Also das ist halt, dass sie halt wirklich aus der Not quasi eine Tugend gemacht haben, so wie das klingt, dass das aufgrund der ganzen Nährstoffe und der Gülle dennoch oder der Fall aus den Feldern, dass da was entstanden ist, was man dann irgendwie verwerbt hat. Und daraus halt Marketing-Technik, und das ist ja nichts Neues, das ist ja ein Prinzip, was in vielen Produkten angewendet wird. Und von daher, ja. Genau, das ist eigentlich, also ich war ja auch davor, ich hatte ja auch schon AFA zu Hause. Ich habe auch meinen Jungs schon angefangen, das zu geben. Und dann habe ich ja einen Vortrag von dir auf YouTube gesehen überall. Dann hast du irgendwann einen Vortrag gemacht, hat mir die Christine zugeschickt. Und genau, da war ich dann auch so überzeugt davon, du als Biologe, du hast dich damit beschäftigt. Und dann habe ich auch das AFA sein gelassen, hatte ich eher so auf Chlorida und Spirulina konzentriert. Und auf andere Maßnahmen, Ernährungstechnik, ein bisschen was umgestellt. Und das hat funktioniert erst mal. Ja, also wen das Thema interessiert, der kann sich auch da einfach ein bisschen einlesen. Also ich versuche eigentlich immer nur, die Informationen zu sammeln, ein bisschen aufzubereiten und verständlich irgendwie zu kommunizieren. In die Tiefe gehen kann man dann ein Kundenbeständnis für die Sachen entwickeln. Genau, aber die ganzen Sachen, die ich eben angesprochen habe, die sind als Informationen verfügbar. Also die Publikationen sind da von den Firmen mit dem Maus-Essay, warum die das machen, solche Sachen. Die ganzen Tests sind da, wo drin geschrieben steht, welche Konzentrationen auch von dem Mikrosystem zum Beispiel erreicht werden. Und dann kann man sich da auch mal einen eigenen Reihen draus machen. Genau, genau. Also ich fühle mich eigentlich jetzt ziemlich gut informiert, muss ich sagen. Also vielen herzlichen Dank, dass du dein wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Oh ja, danke, dass ihr euch viel Zeit genommen habt. Gerne, sehr gerne. Und wir freuen uns ja auch schon auf die Algenführung. Du gibst sie jetzt hier noch anschließend gesehen. Genau, werden wir so machen. Genau, da gibt es so ein kompaktes Video, erst Informationen über Mikroalgen. Und dann werden wir uns diese Farm einfach anschauen. Die Algenfarm, wie es da so zugeht. Gut. Alles klar. Na dann, tschüssi. Es geht auch nicht. Silber und ich gehen jetzt in die Algenfarm, hier ist der Eingang. Wir sind total gespannt und dann schauen wir mal, was kommt. Und hier ist seit Jahren so ein spezieller Standort. Und hier kommt die sogenannte Sandstrohblume vor. Die Immortelle. Auch so ein Kraut der Unsterblichkeit. Wo ich großartig mache, jung und schön. Ja, das können einige hier gebrauchen. Und man schätzt heute, dass 2% der Wasseroberfläche auf der Erde ausreichend wirken, wenn man die bebauen würde mit Algenfarm, um 10 Milliarden Leute zu ernähren. Und 2% der Wasseroberfläche ist in etwa so die Größe, die vierfache Größe von Portugal. 10 Milliarden Leute. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so gigantisch von der Größe her. Aber im Moment haben wir noch gar nicht die Technologien, um das tatsächlich zu machen. Aber man ist da dran. Das heißt, in den 50er, 60er Jahren fing das an mit dem Algenanbau. Die ersten Algenfarmen entstanden für Makro- und Mikroalgen. Und mit dem Resultat, dass heute schon über 15 Millionen Tonnen Algen weltweit angebaut und verarbeitet werden. Und das nach nur 65 Jahren Geschichte. Also vor 65 Jahren 0, heute schon 15 Millionen Tonnen. Man schätzt, dass heute schon in 70% aller Lebensmittelalge steckt. Das überrascht vielleicht jetzt die meisten. Aber denkt mal an die Extrakte aus Algen. Die heißen dann Agar-Agar oder Karagene oder Alginate. Die stecken in, wie gesagt, 70% aller Lebensmittel drin. Das heißt, wenn wir heute in den Supermarkt reingehen, können wir uns den ganzen Korb vollpacken mit Lebensmitteln, wo Alge schon drinsteckt. Und das nach 65 Jahren Geschichte. Normale Landwirtschaft, wenn wir das mal mit anderen Lebensmitteln vergleichen, blickt ja auf über 10.000-jährige Entwicklungsgeschichte zurück. Das zeigt doch so ein bisschen das Potenzial der Algen. Weil wenn wir jetzt nach 65 Jahren schon an der Stelle stehen, dann kann man sich ausdenken, wo die Reise ungefähr hingeht. Das andere, was das Potenzial vielleicht ein bisschen verdeutlicht, wir kennen heute ungefähr 30.000 Algenarten. Wir vermuten, dass es 10 Mal mehr gibt. Also wir kennen erst mal nur einen Bruchteil davon. Und wir nutzen weltweit gerade mal mehr als 100 Algen. Also auch da stehen wir noch am Anfang. Und werden da sicherlich noch viel entdecken, wenn es um die Ressource Alge einfach geht. Und ich weiß nicht, wer das mal gelesen hat. Das war jetzt in den letzten beiden Jahren wieder publik. Da gab es so etwas wie die Nestlé-Zukunftsstudie. Was werden wir Deutschen 2030 essen? Und da standen ganz oben Algen. Neben natürlich auch Insekten aus anderen Gründen. Aber Algen standen da wieder mit drin. Und wenn sich so ein großer dafür interessiert, was 2030 hier gegessen wird, dann macht er das natürlich, um zu gucken, wo sind die Märkte der Zukunft, wo müssen wir engagiert sein, wo müssen wir mit dabei sein. Was verdeutlicht das auch nochmal. Wir beschäftigen uns hier allerdings nicht mit diesen Makroalgen, die ihr vom Meer kennt, sondern mit den Mikroalgen, die tatsächlich mikroskopisch klein sind. Deshalb werdet ihr hier in den Röhren auch keine Algen wirklich sehen, sondern eigentlich nur dieses grün gefärbte Wasser. Die Alge, die wir jetzt hier in der Hauptsache sehen, ist Chlorella. Das ist eine echte Pflanze. Die ist von der Form her wie so ein grüner, runter Ball. Müsst ihr euch das vorstellen. Und von der Größe her so groß wie ein rotes Blutkörperchen. Und die seht ihr ja auch nicht mit einem bloßen Auge. Deshalb ist hier alles nur wie grünes Wasser im Prinzip. Und diese Alge hat jetzt die Fähigkeit, sehr, sehr schnell zu wachsen. Das heißt, dieser grüne runde Ball teilt sich einmal am Tag in zwei bis 16 Tochterzellen. Das ist also ein rasantes Wachstum. Und wir betreiben das Gewächshaus mit den Algenkulturen hier saisonal. Wir produzieren quasi Algen von ungefähr März bis November, je nach Wetter. Also hier sind wir ganz normale Bauern, wetterabhängig. Wir haben gute Algenjahre, wir haben schlechte Algenjahre. Im Winter produzieren wir nicht, da ist es auch einfach zu kalt. Wir holen hier von 1,2 Hektar Grundfläche pro Jahr zwischen 30 und 50 Tonnen Mikroalgen schon. Der Bauer nebenan schafft auf derselben Fläche mit Weizen ungefähr 7, 8 Tonnen. Also das zeigt dieses enorme Potenzial, was allein das Wachstum angeht. Da haben wir noch gar nicht über die Nährstoffdichte hier besprochen. Und das macht das natürlich interessant als Form der Landwirtschaft oder der Aquapultur. Da stehen wir so ein bisschen dazwischen. Das andere, was interessant ist, habe ich mal in Israel gesehen vor ein paar Jahren. Dort gibt es natürlich solche Algenfarm auch. Und dort wird eine ähnliche Algenfarm wie diese mitten in der Wüste, in der Negevwüste betrieben. Also ich kann mit solchen Systemen auch Landwirtschaft in Gegenden betreiben, wo ich normale Landwirtschaft nicht machen kann. Und das war jetzt mal ein bisschen weiter ausgeholt, um mal zu zeigen, was sind eigentlich die Hintergründe, weswegen hat man sich damit befasst. Und vielleicht auch ein bisschen dieses Potenzial darzustellen. Jetzt haben natürlich die einzelnen Algen, die wir anbauen, und wir bauen im Moment ein Set von ungefähr 15 verschiedenen Algen an, haben alle ihre eigenen Besonderheiten. Wenn wir jetzt mal bei der Chlorella bleiben, die ist zum Beispiel reich an Chlorophyll, an Vitamin B12, an verschiedenen Carotinoiden, Fettsäuren, Mineralstoffen. Die entgiftet, die bringt das Immunsystem wieder ins Lot, wenn das stressbedingt irgendwie aus dem Oder gelaufen ist. Und, 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 also es ist nicht nur der reine ernährungsphysiologische Aspekt, sondern hier kommen dann auch schon teilweise medizinische, heilpraktische Anwendungen mit rein, wo man auch erst am Anfang steht, die genau zu verstehen. Eine andere Alge, Mikroalge, die wir anbauen, ist eine Blaualge, Spirulina heißt die. Und da sind wir auch schon bei den beiden, die in der Hauptsache gegessen werden. Das ist auch eine mit einem sehr guten Nährstoffspektrum. Und das ist eine, die auch starke antivirale Wirkung hat. Und, um zum Beispiel mal so Anwendungen im medizinischen Bereich zu sagen, aus Spirulina wird zum Beispiel ein Extrakt gewonnen, der jetzt in einer Antiherpes-Creme drin ist. Aber genauso gut funktioniert das, wenn man das halt isst. Und da gibt es verschiedene Studien, wo man dann wirklich die Ergebnisse sich angucken kann, dass es auch da eine antivirale Wirkung hat. Also jemand, der öfter mal an einem Herpes erkrankt, könnte gute Erfolgsaussichten haben, wenn da zum Beispiel eine Spirulina regelmäßig ist. Also da gibt es solche Geschichten. Oder Spirulina wird weltweit eingesetzt in diversen Hilfsprojekten. Man hat eine ganz interessante Sache gefunden am Tschatzi. Dort wachsen Spirulina-Algen natürlicherweise in den Salzseen. Und die werden auch schon seit hunderten Jahren von den dortigen Stämmen geerntet und vor allem in Soßen verarbeitet. Und man hat festgestellt, dass die, die diese Spirulina-Soßen dort essen, keine Mangelernährungserscheinungen haben. Wohingegen die drumherum, die das nicht essen, Mangelernährungserscheinungen hatten. Weil dort die Ernährung vor allem Hirse passiert ist. Und man hat herausgefunden, dass es halt an der Spirulina sagt, die dann halt die entsprechenden Nährstoffe zu den Leuten bringt. Und das ist eine Sache, das fördert mittlerweile die EU mit ein paar Millionen Euro, um das Ganze dort noch ein bisschen auszuweiten. Um dort mehr Leute auch in Lohn und Brot zu bringen. Mit diesem Abbau quasi von Blau-Algen. Und das ist dort vor allem ein Job der Frauen dieses Kanembo-Stamms. Und um das alles auch ein bisschen hykinischer zu machen. Und so funktionieren auch kleine Hilfsprojekte in Madagaskar und Indien zum Beispiel. Wo kleine Spirulina-Farmen aufgebaut werden. Wo ich vor allem bei Kindern unterhalb von fünf Jahren Mangelernährungserscheinungen innerhalb von vier bis sechs Wochen komplett beseitigen kann. Wenn ich denen nur ein bis drei Gramm Spirulina pro Tag gebe. Und das ist eine Menge von nicht mal ein Teelöffel. Also das sind so die Potenziale, wo ich jetzt mal abseits, wenn bloß von Pulver in Smoothie oder Presslin, weil es mir irgendwie gut tut. Was ich noch alles mit den Sachen jetzt schon machen kann. Spirulina auch noch ein schönes Beispiel. Was auch kaum einer weiß. Das wird mittlerweile als natürlicher Lebensmittelfarbstoff blau eingesetzt. Also wann immer man einen Smarty sieht oder einen Haribo-Goldbeer, der blau ist oder ein blaues Eis, dann ist das eigentlich mit Spirulina-Extrakt gefärbt. Und da gab es auch eine Entwicklung, vor allem in den letzten fünf Jahren. Vorher wurde nämlich ein synthetischer Farbstoff blau eingesetzt. Das war das sogenannte Brilliant Blue. Und das steht mittlerweile im Verdacht, Allergien auszulösen. Und irgendwann war das nicht mehr so sexy, solche Sachen auf die Packungen draufschreiben zu müssen. Und dann war man natürlich auf der Suche nach Alternativen. Und auch hier, bei diesen natürlichen Farbstoffen, ist man bei den Mikroalgen fündig geworden. Noch ein Beispiel. Dann höre ich erst mal auf. Fettsäuren. Ihr alle wisst, dass wir mehrfach ungesättigte Fettsäuren aufnehmen müssen, dass auch die Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren ganz wichtig sind. Und es gibt ja so einen alten Spruch, man soll mindestens einmal die Woche Fisch essen. Und das hat eigentlich den Grund wegen dieser Fettsäuren. Jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie der Fisch die Fettsäuren herkriegt. Und der kann die auch nicht selber produzieren. Der nimmt sie über die Nahrungskette irgendwann mal von der Alge auf. Und deshalb ist man schon sehr zeitig auch dazu übergegangen, diese Algen mit diesen interessanten Fettsäuren, und das sind auch Mikroalgen, zu ziehen, verfügbar zu machen. Und ich kann natürlich jetzt sehr, sehr hochreine, mehrfach ungesättigte Fettsäuren aus Algen herstellen. Und muss nicht über den Umweg Fisch zum Beispiel gehen. Und solche sauberen Produkte aus Algen, das ist mittlerweile ein mehrere hundert Millionen Dollar Business, immerhin, auch um eine damalige Dimension zu sagen. Und solche sehr sauberen Fettsäuren tauchen dann vor allem in Kindernahrung oder anderen Produkten auf, auch Nahrungserkennungsmittel oder so was. So, da aber erstmal so der Exkurs zu den Mikroalgen und wo sie schon überall relevant sind, will ich hier erstmal beenden und will jetzt mal zur Algenfarm eingehen. Die Geschichte der Algenfarm hat eigentlich erstmal gar nichts mit der Alge primär zu tun, sondern vor nunmehr fast 20 Jahren hat man sich bei der Preussang AG, das war damals ein Industriekonzern, der auch DAX notiert war, hat man sich die Frage gestellt, wie können wir irgendwann mal Kohlendioxid-Emissionen aus unseren Kraftwerken entweder reduzieren oder neutralisieren. Und man hatte dieses Forschungsprojekt generiert und kam darauf, da Biomasse daraus herzustellen. Also Photosynthese zu betreiben und Kohlendioxid in Biomasse umzuwandeln. Und die Pflanzen, die natürlich am schnellsten wachsen und damit auch am meisten CO2 verbrauchen, sind halt diese Mikroalgen. Aber zur Erinnerung, die wachsen bis zu 30 Mal schneller als Landpflanzen. Und man entwickelte halt die erste Pilotanlage, stellte die neben so ein Kraftwerk und es funktionierte natürlich, wenn ich da CO2-Einklubber wachse, halt die Algen. Okay, war jetzt nicht so spektakulär. Und was man dann aber herausfand, war, dass man natürlich mit den Dimensionen, die man braucht, niemals ein Kraftwerk irgendwie neutralisieren kann, was die CO2-Bilanz angeht, weil ich damit natürlich riesige Flächen trotzdem bepflastern müsste. Aber was man auf einmal hatte, war eine Methode des Algenanbaus, die völlig neuartig war. Bis dahin hat man das vor allem in Betonbecken, in Folienbecken gemacht, vor allem in Asien oder auch schon beginnend in den USA. Und das hat so ein bisschen immer den Nachteil auch gehabt, vor allem, wenn ich die Anwendung im heilpraktischen Bereich habe, dass es dort natürlich unkontrolliert reinregnet, Staub reinkommen kann. Und die größten Produzenten sitzen halt in Taiwan, Korea, Indonesien, China. Und das sind also auch Hochindustrienationen mit den entsprechenden Emissionen in der Luft. Und das finde ich natürlich dann unter Umständen auch in der Alge. Weil die Alge wie so ein Schadstoffstamm ist, die kann selbst geringste Konzentration aus der Umwelt in der Biomasse aufnehmen. Und was man jetzt hier hat, ist eigentlich nichts anderes, als auch so ein Becken, also ein Aquarium, bloß halt diesmal ein Glas, da gibt es schon mal keine Auswaschungen. Und wir haben das auch nicht eckig gebaut, sondern halt in Röhrenform, damit halt Licht rankommt von allen Seiten, also auch noch durch Reflexion. Dort gibt es also dunkle Zonen gar nicht, dort wo die Alge zum Beispiel nicht wächst. Und Schadstoffe kommen halt auch nicht ran, also es regnet nicht rein, keine Wasserinsekten und so weiter. Und das versetzen sie in die Lage, eine sehr, sehr saubere Alge hier anbauen zu können. Ja, dann sind natürlich auch die Rohstoffe, die wir verwenden, wichtig. Der wichtigste Rohstoff ist Wasser. Die fließen ja hier im Wasser, das wird also schon permanent umgepumpt. Wir sprechen hier, was ihr hier von außen seht, von einem Aquarium mit 600.000 Litern Inhalt. Das ist schon eine ganze Menge. Und das Schöne ist, dass wir hier Wasser aus 45 Metern Tiefe, aus einem eigenen Grundwasserweservoir haben. Das ist ein Wasser aus der Eiszeit. Das ist sehr, sehr sauber, also auch frei von anthropogenen Einflüssen. Das ist übrigens das, was ihr vielleicht dort auch getrunken habt, bei Pure Rock, gerade auf dem Sommerfest. Wir holen uns nämlich unser Wasser auch immer hier aus dem Wasserhahn, weil das kommt direkt hier aus der Quelle von unten. Das ist ein artesisches System. Also wenn wir die Pumpe da ausziehen, spritzt das tatsächlich 1,20 Meter in die Höhe. Und das ist natürlich voluminettrig, der wichtigste Rohstab hier. Und den haben wir hier vor Ort in sehr, sehr guter Qualität. Die Frage war jetzt nach dem Glas, was hier verwendet wird. Und ob das auch einen Einfluss auf die Pflanze hat, weil ja bei den meisten Glassorten bekanntlicherweise ein bestimmter Teil des Spektrums abgeschnitten wird. Und es wird ja immer wieder diskutiert, sind so Gewächshauspflanzen genauso gut wie eine, die im Freiland gewachsen ist. Und jetzt ist richtig, die Gewächshausgläser, die wir hier verwenden, ist ein ganz normales Glas. Und da wird natürlich vor allem im Infrarotbereich ein bisschen was abgeschnitten. Also das ist eine bestimmte Wellenlänge. Jetzt ist es aber hier so, dass wir uns über Wasserpflanzen unterhalten. Also Wasserspech, ja. Wasser selbst schneidet ja auch einen Teil der Wellenlänge ab oder absorbiert dann mit zunider Tiefe bestimmte Wellenlängen. Das heißt, Wasserpflanzen sind an sowas quasi gewöhnt, wenn man so will. Jeder Taucher weiß das, dass es ab fünf Meter Tiefe kein Rot mehr gibt. Also das ist halt die erste Wellenlänge, die absorbiert wird. Oder das ist dann heiße Deep Blue Sea. Und das heißt ja deshalb so, weil das langwellige blaue Licht das letzte ist, was unten noch sichtbar ist. Also das Wasser selbst absorbiert mir schon mit zunider Tiefe die Wellenlänge. Glas schneidet das direkt ab, aber in einem Bereich, wo das für diese Pflanzen nicht wichtig ist. Photosynthese wird vor allem gemacht mit rotem und blauem Licht. Und das kommt ganz normal durch, sonst würden die Pflanzen da auch gar nicht wachsen. Aber hier ist vielleicht wirklich der Unterschied zwischen einer Wasserpflanze, wo ich ja Wasser auch schon als Medium dann habe, zwischen Sonne und Pflanze selbst, und Landpflanzen. Wenn Euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über Kommentare oder über einen Daumen als Rückmeldung, weil das dazu führt, dass das Video höher bei den Suchmaschinen gerankt wird und die Welt dadurch schneller rogan wird. Also dann bis morgen Euer Christian. Ciao.